Hallo und herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, heute die neue Eventwoche vom 17.10.2019. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit der Eventwoche. Als allererstes ist diese Woche ein neues Fahrzeug in GTA Online erschienen und zwar der The Nasty. Dieses Fahrzeug ist jetzt für 450.000 GTA-Dollar verfügbar und das neue Gewinnauto im Casino ist der Low-Cost. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zu den Rabatten von dieser Woche und die wären 25% Rabatt auf den Neo, 35% Rabatt auf den Swinger, auf den Centorno, auf den Tempesta, auf den Commit-RSR, dann 15% Rabatt auf MC Clubhäuser plus Renovierungen, auf Bikergeschäfte, auf X-Society, Büros, sorry, dass ich das falsch ausgesprochen habe, auf Bunker plus Renovierungen und Upgrades, auf Hunger plus Renovierungen, auf Nachtclubs plus Renovierungen und Add-Offs. Und ja, und jetzt kommen wir auch schon zu den Doppelgeld und Doppel-RP-Missionen von dieser Woche und die wären Doppelgeld und Doppel-RP auf King of the Hill, auf Biker-Business, auf Luftfrachten, auf das Bunkergeschäft, auf Nachtclub-Einkommen, Doppelgeld und Doppel-RP auf Rehicle Cargo. Und das Side-Rennen von dieser Woche ist Root68 und das RC Side-Fahrendes Kraftwerk. Und das Premium-Rennen diese Woche ist Down the Drain. Und die Twitch-Prime-Rabatte für diese Woche, weiß ich noch nicht genau, ich weiß nur, dass es 10% auf alle Rabatte gibt. So Leute, ihr habt auf der letzten Event-Woche über 25 Likes geschafft, deswegen gibt es heute eine 8 Millionen GTA-Dollar-Verlosung. Dazu schreibt einfach nur unten in die Kommentare Hashtag GTA und auf irgendeiner Basis lasst ihr wieder ein Like da. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Luca und ciao, ciao.